Willkommen zu Destruction Derby! Auch ich heiße euch herzlich willkommen zu Destruction Derby 64 für den Nintendo 64. Mein Name ist Igor 26 und ich spiele heute auch hier das erste Mal Destruction Derby 64. Oder besser gesagt, ich spiele es das erste Mal original auf Konsole. Ich habe das gesuchtet auf dem Emulator. Ich habe das noch nie auf der Konsole gespielt. Und ich denke, das ist wie bei Excite... Excitebike 64 ein persönlicher First Look. Ich werde einfach mal ein bisschen im Spiel spielen und mal schauen, was sich das so ergibt. Trainingslevel. Anfänger. Was haben wir denn so für Wagen? Ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt. Ich glaube, die unterscheiden sich wirklich nur im Aussehen gerade. Nicht alle, so wie es aussieht. Die sind alle gleich. Ich nehme den Orangenen. Mir gefällt es mir. Mal schauen, was mich da erwartet. Ich weiß, dass es früher ziemlich witzig war und war ein tolles Schadensmodell. Seascape Sprint. Seascape Sprint. 20 Punkte für jede Zerstörung. 20 Punkte für jede Checkpunkte. 10 Sekunden Bonus pro. Werde achte in diesem Rennen, um weiterzukommen. Ein Saison. 3, 2, 1, GO! Oh, Burnout! Sehr schön. Und ich finde, es sieht auch hier schon ziemlich schick aus. Destruction Derby. Es geht hier vor allem um Crashes und Runden zu fahren. Halt wie der gute Stefan Raab in seinem Stockcard Crash Challenge. Das ist eigentlich was ähnliches. Ah ja, genau. Es waren Leute in der entgegengesetzten Richtung. Und die können mir crashen. Ich glaube, es waren insgesamt 12 Wagen mit. 6 fahren in die gleiche Richtung wie ich. Und 6 fahren in die, also rückwärts, in die entgegengesetzte Richtung. Hier sind sie zum Beispiel. Aber ich glaube, das tut ziemlich weh, wenn wir diese treffen. Ich weiche den jetzt mal aus. Ich fahre jetzt mal ein bisschen auf Zeit und auf Rundenpunkte, also Checkpointpunkte. Ok, das tut... Es ist jach... ...eine Motorhappe verloren. Wow, der Rauch, den hätten wir voll nehmen können. Der wäre bestimmt direkt explodiert. Wow, wir haben fast unsere gesamte gelbe Energieleiste verloren. Oioioi, wir sind aber nur Platz 6. Wir sollten schon noch irgendetwas schrotten. Ja, nicht uns am liebsten. Dafür haben wir durch diesen Check massig Punkte bekommen. Wir sind Platz 2 momentan mit diesen 209 Punkten. 7 to go! Nur noch 7 Autos im Rennen. Ich glaube, die Wagen, die uns entgegenkommen, sind nur Verkehrshindernisse. Oder? Ich weiß es gar nicht. Hier seht ihr schon überall auf der Strasse liegen die kaputten Wagen. Oh! Mark! Hey buddy! Roll! Ja, wrong way. Ich weiß. Ich weiß. Mist. Oh, der Nebel... Der Nebel wiegt voll in die Kamera. Hm. Ich muss jetzt... Ich glaube, ich muss noch ein paar Rundenpunkte machen, weil für die anderen habe ich ja keine Chance mehr. Ich habe nur noch ein Energiefeld. Wäre zu heftig, jetzt noch irgendeinen Crash zu provozieren. Oh! Ui, das war knapp. Ja, ich bin erster Platz. Aber ich fahre noch. Ja, ich habe ihn erledigt. Ja, danke. Aber ich muss auch. Ich brauche noch eine Kollision und dann bin ich auch Müll. Wow, das war auch so knapp. Die Rauchentwicklung wird immer schlimmer. Immer mehr Autos liegen auf der Strecke. Das Spiel ist so gut. Das Spiel ist wirklich gut. Schade hatte ich es nicht ganz früher auf dem Nintendo 64. Auch dieses Spiel habe ich geschenkt bekommen. Das macht schon Laune. Vor allem das Auto lässt sich total gut steuern. Und wie gesagt, auch hier gibt es ein schickes Schadenmodell für M64-Zeiten zumindest. Also Action ist auf jeden Fall geboten. Ich glaube, es kommt sogar noch ein Crash-Derby später in diesem Modus. Sehr schön! Das war dumm, aber ich fahre noch. Ich fahre noch. Aber jetzt ist dein Rauch nicht mehr grau, sondern schwarz. Das ist natürlich schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich bin echt gebührt. Ja, ich habe mich aber auch mitgenommen. Rennen vorbei! Bitte warte! Yes, ich habe gewonnen! Sehr schön! Wir haben einen Checkpunkt-Bonus! 200 Checkpunkt-Bonus! Randpunkte 182! Na ja, sehr schön! Wir haben... An allen Punkten... Top! Sehr schön! Streckenrangliste! Wir sind Wagen Nummer 3! Vielleicht... Ich... M... Optionsmenü... M... 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 очно! Arnold... K date.... Knock on... ot... Nächste, die gerade sind, ähm, sechs Fragen, die bis Richtung verloren und zwölf kommen aus der Klinik. Oder die Klinik. Aber ich werde dich wieder bauen. Die Klinik. Ihr running out of time. Oh, oh! Checkpoint, nine bonus. Lads, another one down, ten to go! Lads, another one down, nine to go! That's another one to go. Eight to go. Checkpoint. Checkpoint! Time Bonus! Time Bonus! That's another one down! Oh! Something to go! Hey! Hey! In the garden! Find out! Checkpoint! That's another one down! Six to go! Checkpoint! And we have a winner! Welcome to the Junkyard! Three! Two! One! Go! Can't we all just get along? You're at first, time to grind him under your wheel! No! One hit! Stimmt's 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 Hey, you didn't feel that one in the morning! You're in first flight! Keep it up! Stimmt's 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, you know, he has to be disappointed! 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 Oh, that is gonna really leave a mind! That's another one down! Nine to go! That's another one down! Eight to go! Six to go! That's another one down! Six to go! Get the jaws of life! Congratulations! Welcome to Destruction Junction! Eight to go! Three to go! Eight to go! Eight to go! Ich konnte aber nicht wirklich viele Punkte rausholen, ich bin nur Platz 10 nach dieser Karambolage. Ich sehe gerade auch fast keine Checkpoint-Zeit, fast keine Zeit haben wir hier. Was ich vorher ein bisschen komisch fand, zwischen dem Rennen muss es wie laden. Ich weiß nicht, ob das eine Playstation 1 Importierung, äh, doch, nicht Importierung, eine Portierung. Entschuldigung, wenn das ist, es wird. Ich glaube, das hat er zu mir gesagt. Das sieht für mich wirklich fast so aus, als sei es eine PS1-Portierung. Ladezeiten bei einer Cartridge, das ist schon etwas komisch. Und irgendwie sollten wir mal etwas crashen. Gut, wir haben noch volle Energie, wir haben, ich habe mich bisher wirklich zurückgehalten, das war knapp. Das ist noch ein bisschen runter, 8 zu gehen! Das ist noch ein bisschen runter, 7 zu gehen! Das ist noch ein bisschen runter, 8 zu gehen! Komm, dreh mich mal bitte wieder. Das ist noch ein bisschen runter, 5 zu gehen! Also ich, wenn ich hier gewinnen möchte, dann muss ich es mit den Checkpoint-Punkern machen. Es sind nur noch 5 Rennen, äh, 5 Autos im Rennen. Ich bin 10. Ich bin extrem weit hinten. Also grafisch mal, es ist wirklich richtig, richtig cool. Checkpoint! Auch die Lichteffekte, es sieht total gut aus. Wir sind aber wirklich nicht mehr, als so viele Autos auf der Strecke, auch auf der Gegenfahrbahn. Also unter den Autos, die uns... Wir fraxen aber hart. Wir machen jetzt Checkpoint für Checkpoint einen Platz gut. Ah, diese Fracks sind total hart. Es sind nur noch 2 Wagen im Spiel. Das müsste ich sein und mein Konkurrent. Ja, nein. Oh, verbleibende Wagen, das ist nicht mit mir gerechnet. Ja, der Checkpoint kommt hier vorne. Das 7. Ja, jetzt kommt es wirklich auf die Geschwindigkeit drauf an. Ich kann keine Crashes mehr verursachen. Hier komm ich. Doch, ich glaube, das wird ein Scheiß-Rennen wirklich. Ja, ich weiß. Ich glaube, es ist auch nicht mehr zum Checkpoint. Nein, ich glaube nicht. Er rollt zwar noch. Rollen! Rollen! Checkpoint! Der rollt ja wahnsinnig weit. Hier steht einer, der ist ja auf der linken Seite. Das muss es sein. Sehr schön. Hat er jetzt gesagt, another one bites the dust? Wir haben überlebt, sind aber nur 5. geworden. Ich finde, das finde ich jetzt cool, wie das Auto ausrollt. Aber wir bremsen jetzt ab. Wir hätten es eh nicht mehr geschafft. Ich bin aber nur 5. geworden. Ich denke, hier habe ich zu wenig Crashes gemacht, um vorne mitzumischen. Dankeschön. Street Rocket habe ich freigeschaltet. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Soll ich noch einen Cut machen? Ja, ich mache noch einen Cut. Bis gleich.